Alles klar, perfekt. Ich habe auch noch nicht, also ich habe im Moment, im Moment bin ich mal so als Supporter unterwegs, weil ich gerne mal mir die Fahrzeuge anschauen wollte. Die habe ich auch noch nicht alle durchgetestet. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich heute mal mitmachen und mal so Stück für Stück die einzelnen Fahrzeuge ausprobieren. Und vielleicht kann ich mich dazu überreden, dass wir mal nachher den Robber machen. Wo ist denn der Typ? Ach, auf der... Okay, ja, nice. Perfekt. Vielleicht kann ich mich dazu überreden und dann testen wir auch die Fahrzeuge mal durch. Bei der Supporter hat man eine Handvoll Fahrzeuge, die, ja, ich weiß nicht, ob die nur anders aussehen oder ob die auch schneller unterwegs sind. Das müsste ich mir mal anschauen. Mal gucken. Ich sehe auch gerade, wir sind mittlerweile 25. Langsam wird auch EU2 ein bisschen voll. Das ist kein Problem. Ansonsten bin ich eigentlich ganz gerne auf so Halbholen-Servern unterwegs. Ich finde das eigentlich ganz entspannt dann. Weil es gibt... Also es kommt natürlich immer darauf an, was für Spieler auf dem Server sind. Aber wenn der Server richtig voll ist, dann ist eigentlich komplettes Chaos. Weil man, wenn man hinter dem Räuber her ist, nur irgendwie weggerammt wird. Lässt sich auch dann irgendwann nicht mehr vermeiden. Weil halt einfach so viele Fahrzeuge unterwegs sind und die Straßen eng sind und so weiter. Wenn der Server leer ist, nur so drei, vier Spieler da sind, ist es auch irgendwie blöd. Weil dann teilweise zu wenig Spieler da sind, um den überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu fangen. Ich würde sagen, wir fahren mal geradeaus durch. Sieht mir sehr nach einem AFK-Typen aus irgendwie gerade. Oh, jetzt fährt er los. Alles klar. Deswegen, wenn der Server so halbvoll ist, ist das eigentlich eine ganz gute Sache, finde ich. Und jetzt bei 25 von 35 ist schon fast zu viel, finde ich. Und 20 ist okay. Ja. Ist klar. Ist klar. Ja, und die Leute gibt es natürlich auch. Die dann so schlau sind, wenn der Typ schon in der Box ist und ihn einfach weghauen, dass er wieder frei ist. Aber naja, wir bleiben hier einfach mal stehen und gucken, was passiert. Okay. Endlich mal meine Lieblingsrolle. Das wird jetzt entspannt. Was haben wir hier für einen? Level 18. Das ist ein bisschen. I'll use the ferry to physically engage police units. Driver has outstanding warrants and multiple entries. Use caution with this party. Use extreme caution. This is Bravo 27 requesting your support. This is a big zone to cover. Eagle 1. Copy. We're heading up that way right now. All units be advised. Supervisor has escalated the chase to condition 2. Attention all units. My unit has radio priority. Okay, sie holen langsam auf. Sehr gut. Oh, von vorne kommen auch zwei. Ja, okay, vorbeigefahren. Perfekt. Ja, er versucht. Nein. Okay. Das, was der jetzt macht, mache ich auch ganz gerne, wenn ich als Rapper unterwegs bin. Einfach Highway fahren. Es kommt immer darauf an, welche Karre man hat. Aber wenn man eine schön schnelle hat, ist Highway natürlich eine gute Sache. Einfach immer schön im Kreis fahren um die ganze Insel rum, wenn du es schaffst. Insel rum, condition 3. Condition 3. Attention all units. Attention all units. Pursuit be advised. State Patrol has the call. Distatch, I need every available Hino on this call. Dispatch, this is 2-4. Can you update any file? Info on file. Ice cream went dead. I lost everything. Copy that. Oh, da kommt einer von der Seite. Knapp. Knapp vorbei. Oh, er hat sich aufgehangen. Oh. Oh, er hat sich aufgehangen. Na, war es das schon? Ich glaube, das war es. Der liegt auf dem Dach. Ja. Ich glaube, das war es. Ich weiß nicht, dass die Knapp Anyways. Ich hoffe, wie der Knapp ist.